Union Berlin ist aktuell die Nummer eins der Hauptstadt. In der Bundesliga läuft's richtig gut, man übertrifft alle Erwartungen, und das ist kein Zufall. Ein klares sportliches Konzept ist zu sehen. Grund genug für ne Taktikanalyse. Simpel und leicht verständlich erklärt, so wie immer. Was machen die Eisernen so gut? Welche Rolle spielt hier Max Kruse? Und schafft man es vielleicht sogar in die Europa League? Das alles jetzt. Eine Sache vorneweg. Wenn ihr sehen wollt, wie die Taktikanalyse entstanden ist, geht auf Instagram, sucht nach Manu Thiele. Dort zeig ich das in der Story. Keine Sorge, das wird auch in den Story-Highlights landen. Das Ergebnis dieser Vorbereitung, das seht ihr jetzt. Als Erstes fällt auf, Union Berlin hat sich spielerisch entwickelt. Der Fußball ist jetzt deutlich attraktiver. Ihr habt ganz viele Fragen gestellt. Zum Beispiel, wie unterscheidet sich der Spielstil zur letzten Saison? Trainer Urs Fischer hat sich da was ausgedacht. Ziehen wir mal ganz kurz nen Vergleich. Letzte Saison gab's diesen typischen Underdog-Fußball zu sehen. Das Motto, hoch und weit bringt Sicherheit. Fehler im Spielaufbau wollte man vermeiden. Sprich, Ballverluste in der eigenen Hälfte. Die Idee, den Ball einfach weit nach vorne schlagen, das gesamte Mittelfeld überspielen. Der Zielspieler war hier die Nummer 10, Sebastian Andersson. Er machte den Ball fest, sprich, er hielt ihn. Da halfen auch die zentralen Mittelfeldspieler. Sie rückten auf, lauerten auf die zweiten Bälle, beziehungsweise waren dann natürlich auch Anspielstationen. Im Anschluss wurde dann sofort der Ball nach vorne gespielt. Ein schneller Weg zum Tor des Gegners. Sehr simpler Fußball, aber eben auch effektiv. Die Qualität der langen Bälle war groß. Die Match-Matrix-Bewertung lag bei 7,07 Sternen. Das ist der Liga-Bestwert gewesen. Die Anzahl der Bälle, wie oft sie beim Mitspieler ankamen und wie wichtig sie für den Spielaufbau waren, würde da berechnet. Kein anderes Team hat das so gut gemacht wie Union. Tja, im Sommer wusste aber Urs Fischer, okay, das zweite Jahr in der Bundesliga wird hart. Union Berlin hat deshalb den Spielstil verändert. Man ist kreativer mit dem Ball, es gibt mehr Kurzpässe und meistens einen geordneten Spielaufbau durchs Zentrum. Also kurz gesagt, der Fußball ist deutlich kreativer. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal detailliert an. Der Königstransfer ist ohne Frage Max Kruse. Ablösefrei kam aus Istanbul. Er ist ein Instinkt-Fußballer, der eine hohe individuelle Qualität hat. Da kam auch eine Frage von euch. Welchen Faktor spielt Kruse für den Erfolg von Union Berlin? Ganz ehrlich, einen großen. Er ist der sogenannte Verbindungsspieler. Das heißt, sobald der Ball flach nach vorne gepasst wird, ist er da. Die Heatmap zeigt, überall ist Kruse unterwegs. Diese blauen Schaltierungen zeigen das. Er bewegt sich zwischen den Ketten der Gegner, sprich der Abwehr und dem Mittelfeld. Dort sucht er die Lücken, um frei zu sein. So will er anspielbar sein bzw. den Ball bekommen. Eine Szene hab ich da mal vorbereitet. Und zwar gegen Arminia Bielefeld. Da hat man direkt zwei Stärken gesehen. Erst ließ sich Kruse zurückfallen, um im Aufbau zu helfen. Erst da die rote Zehn. Zwischen den Ketten des Gegners stand er, um anspielbar zu sein. Die Spielintelligenz half ihm hier. So entdeckte er die Lücke. Kruse bekam den Ball, drehte sich um und lief nach vorne. Da sah er wieder eine Lücke. Und zack, spielte er einen Steilpass in die Schnittstelle. Er hat ein tolles Timing und einen guten Riecher für genauso gefährliche Pässe. Die 27, Giraldo Becker, bekam dann den Ball. Und so entstand das 3 zu 0. So ähnliche Szenen gibt's immer wieder zu sehen. Max Kruse verteilt die Bälle. Er steht oft mit dem Rücken zum Tor und sucht die Mitspieler, die besser positioniert sind. Viele One-Touch-Pässe sind da zu sehen. So bringt er Tempo ins Spiel. Dazu kommt, allein seine Präsenz hilft Union Berlin. Gegen den 1. FC Köln wurde er zum Beispiel manngedeckt. Ein Gegner stand dann 90 Minuten auf seinen Füßen. So konnten dann die Kollegen glänzen. Sie bekamen einfach mehr freie Räume. Hier jetzt mal direkt die Frage an euch. Wie findet ihr Max Kruse? Er lässt ja gerne krachen, äh, auf und abseits des Platzes. Schreibt mir da eure Meinungen gerne mal unten in die Kommentare. Also, der Start von Max Kruse bei Union Berlin lief 1 a. Er ist der Topscorer, sechs Tore und fünf Vorlagen. Tja, aber beim Derby gegen Hertha BSC hat er sich dann verletzt. Und seitdem fehlt Kruse. Interessant ist, der Spielstil von Union ist ohne ihn grundsätzlich gleich geblieben. Man will eben oft spielerische Lösungen finden, den Ball zirkulieren lassen. Aber trotzdem musste man natürlich so ein paar kleine Dinge anpassen. Ziehen wir hier mal einen Vergleich. Mit ihm spielte man oft in einer 4-2-3-1-Grundformation. Kruse stand im Zentrum auf der 10. Zwei defensive Mittelfeldspieler hielten ihm da den Rücken frei. Wobei, man kann Kruse nicht auf dieser eine Position festnageln. Er ist überall unterwegs. Eine Aufgabe war, die Flügelstürmer in Szene zu setzen. Viele Bälle spielten nach außen, das Unionsspiel war also relativ breit. Im Schnitt hatte Union 46 Prozent Ballbesitz. Zum Vergleich, in der Vorsaison hatte man knapp 43. Ohne ihn wurde dann die Grundformation wieder etwas umgestellt. Auf ein 3-5-2. Die Flügelstürmer gab es in dieser Rolle nicht mehr. Sie spielten deutlich zentraler und das veränderte die Dynamik. Das Unionsspiel war vertikaler und schneller ging's nach vorne. Konter bzw. das Umschaltspiel stand wieder mehr im Fokus. Man hatte auch etwas weniger Ballbesitz. Wobei, das lag zum Teil auch an den Gegnern. Gegen viele Top-Teams trat man eben ohne Kruse an. Hier kam auch eine Communityfrage. Und zwar, wie schaffen sie es, gegen größere Mannschaften so gut zu verteidigen? Das ist relativ simpel zu erklären. Union Berlin steht sehr kompakt. Alle arbeiten enorm diszipliniert gegen den Ball. Und sie machen die Räume dicht. Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. Gegen den FC Bayern sah man ein Mittelfeldpressing. Ab dem Kreis wurde attackiert. Aufgabe eins, Passwege zustellen, so den Gegner nach außen drängen und in eine Falle locken. Die 14, Taiwo Avouni, hat das gemacht. Aufgabe zwei, Manndeckung in Ballnähe. Jeder Spieler weiß genau, was er zu tun hat bzw. wen er decken muss. Die 33, Sebastian Griesbeck, ist da zum Innenverteidiger gegangen. Und die 15, Marius Bülter, zum Außenverteidiger. So ist man dann jeweils eng am Gegner und kann ihn unter Druck setzen. Krass war Innenverteidiger Robin Knoche. Hier die 31, verfolgte Robert Lewandowski quer übers Spielfeld. Im Gegenzug ließ sich dann die 21 Grischa Prömmel nach hinten fallen. Union Berlin spielt körperbetont und gibt dem Gegner keine freien Räume. Sogar den FC Bayern hat man so zu langen Bällen gezwungen. Kurz gesagt, man steht kompakt und ist diszipliniert. Interessant ist hier, nur 1974 Zweikämpfe hat Union Berlin gewonnen. Das ist der zweitschlechteste Liga-Wert. Primär liegt der Fokus darauf, Fehlpässe zu provozieren bzw. Pässe abzufangen. Auf dem ganzen Feld ist das zu sehen. Gegen Bayer Leverkusen fing man am eigenen Strafraum den Ball ab und leitete sofort einen Konter ein. Man spielte einen Vertikalpass auf Cedric Teuchert, er konnte dann seine Schnelligkeit zeigen und zack, den Siegtreffer zum 1 zu 0 erzielen. Dank dieser Galligkeit ist es für Top-Teams schwierig, gegen Union Berlin zu spielen. Dazu kommt eine weitere Stärke, die Rundenbälle. Bei engen Spielen ist es definitiv eine Waffe. Neun Tore hat man bereits nach Ecken oder Freistößen erzielt. Hier kam die Frage, was macht Union bei Standards so gut? Da gibt's mehrere Faktoren. Zum einen Kapitän Christopher Trimmel. Ich finde, er ist der beste Standardschütze, den wir in der Bundesliga haben. In dem Spiegel-Interview hat er verraten, zwei bis dreimal pro Woche wird das individuell trainiert. Er stellt eine Mauer mit Plastikmännchen auf und dahinter ein Eishockey-Tor. Neun von zehn Schüssen müssen dann ins Netz gehen. Diese Präzision ist ihm wichtig. Die Kollegen können sich also auf ihn verlassen. Zentimetergenau kommt der Ball in den Strafraum. Trimmel hat dazu gemeint, wenn er den Arm hebt, soll der Ball fünf Sekunden später da landen, wo er sein soll. Zum anderen gibt's aber dann auch viele einstudierte Varianten. Die Laufwege sind gut aufeinander abgestimmt. Profitieren tut hier unter anderem Marvin Friedrich. Schon vier Kopfballtore hat er als Innenverteidiger erzielt. Aber er ist nicht der Einzige, der Gefahr ausstrahlt. Das ganze Team hilft. Ich zeig euch jetzt mal auf diesem Spielfeld eine Standardsituation, die das perfekt zeigt. Ich hab da mal was vorbereitet. Ist natürlich sehr vereinfacht dargestellt. Dadurch, dass normalerweise mehr Spieler im Strafraum sind. Außen haben wir Christopher Trimmel. Hier haben wir Grischa Prömmel. Da Marvin Friedrich. Und hier Taiwo Awoni. Das sind die Gegner, die Blauen. So, was passiert? Das Zentrum ist dicht. Die Idee, okay, dann spielen wir den Ball auf den ersten Pfosten. Grischa Prömmel läuft zum ersten Pfosten, zieht so auch einen Verteidiger dahin, wodurch in der Mitte schon mal ein bisschen mehr Platz entsteht. Marvin Friedrich läuft auch in Richtung des ersten Pfostens. Dadurch kommt auch der Verteidiger da mit. Und er zieht auch noch mal einen zweiten hin. Jetzt seht ihr schon, hier sind ganz viele, da ist aber keiner. Und da kommt Taiwo Awoni ins Spiel. Grischa Prömmel bekommt den Ball, köpft ihn weiter, verlängert ihn. Und er netzt dann ein, entweder mit dem Fuß oder mit dem Kopf. Mehrfach ist es schon passiert. Gegen Borussia Dortmund und gegen den FC Bayern mit einem direkten Kopfball von Grischa Prömmel dann ins Tor. Das ist alles kein Zufall. Das ist hart trainiert und natürlich auch einstudiert. So knackt Union Berlin regelmäßig die Top-Teams. Es ist eben ein Mix aus gefährlichen Standards, einem guten Pressing und einem schnellen Umschaltspiel. 1 zu 1 gegen den FC Bayern. 2 zu 1 gegen Borussia Dortmund. 1 zu 0 gegen Bayer Leverkusen. Und ein 1 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach. Sehr viele Top-Teams tun sich hier tatsächlich schwer. Aktuell stecken die Eisernen in so einem kleinen Formtief. Vier Spiele in Folge gab's keinen Sieg. Hier passt die Frage, warum tut man sich gegen die kleinen Klubs so schwer? Ganz simpel gesagt, Union Berlin fühlt sich ohne Ball noch immer wohler. Trainer Urs Fischer meinte nach der Niederlage in Augsburg, man muss lernen, was zu tun ist, sollte der Gegner tief stehen. Da tut man sich vor allem beim Spielaufbau schwer. 58 Prozent Ballbesitz hatte zwar Union, aber nix kam dabei rum. Hier fehlt aktuell ein Spieler ganz besonders, Max Kruse. Diese individuelle Qualität, beziehungsweise so gute Schnittstellenpässe wie er, in den Strafraum spielt keiner. Ziehen wir deshalb mal einen Vergleich. Max Kruse mit Robert Andrich. Er ist der nächstbeste Spieler mit dem Ball am Fuß. Wichtig ist hier vor allem die Passgefahr. Sprich, wie schwierig die Bälle für den Gegner zu verteidigen sind. Das ist ziemlich deutlich, oder? Keine Frage, Robert Andrich ist ein guter Spieler. Er hat in dieser Saison einen klaren Schritt nach vorne gemacht. Aber nur eine Torfahrlage ist auf seinem Kontor. Er strahlt mit seinen Pässen nicht die Gefahr aus, was Tore angeht. Gegen tiefstehende Gegner fehlt also diese Qualität. Aktuell befindet sich Union Berlin in der Aufbaufase. Das neue System klappt noch nicht hundertprozentig. Das ist ein Prozess, der länger dauert. Und Rückschläge sind deshalb komplett logisch. Jetzt ist die wichtige Frage. Hat Union wirklich das Zeug für Europa? Verdient hätten sie's definitiv. Die Eisernen sind ja ein Arbeiterverein. Auf dem Platz wird geschuftet und gekämpft. Insgesamt 2.402 Kilometer ist man gelaufen. Das ist der Topwert in der Bundesliga. Jeder gibt Vollgas und engagiert sich im Spielaufbau. Keiner steht da nur rum und ruht sich aus. Das ist eine Einheit auf dem Platz und dadurch wird jeder besser. Das Kollektiv sorgt für diesen Erfolg. Offensiv ist Union Berlin eiskalt. Der Expected Goals-Wert liegt bei 27,3. In Wahrheit hat man aber schon 34 Tore erzielt. Man holt das Maximale aus den Chancen raus. Defensiv steht man dazu sicher. Nur 25 Gegentore sind auf dem Konto. Und ich bin mir ziemlich sicher, ein paar Top-Teams würden sich so eine sattelfeste Abwehr wünschen. Union Berlin strahlt ne große Ruhe aus. In hektischen Phasen bleibt man kompakt und taktisch diszipliniert. Sollte das weiter so klappen, ist die Europa League drin. Trotzdem, ein Top-Team ist man natürlich nicht. Für die meisten Spieler ist der Klub eher ein Sprungbrett. Jedes Jahr wird deshalb die Hauptaufgabe sein, die Abgänge zu kompensieren und die Taktik an das Spielermaterial anzupassen. Dieses Mal hat das 1A funktioniert. Das Saisonziel bei Union ist weiterhin der Klassenerhalt. Das wird wahrscheinlich auch vorerst so bleiben. Aber hey, der Fußball ist attraktiv und der Klub bereichert, finde ich, die Bundesliga. So, anderes Thema, den GameStop-Hype. Den habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, oder? Walulis hat ein Video darüber gemacht, er hat es auf den Punkt gebracht. Hier ist es verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich Gut Kick, haut rein und ciao. Ciao. Sarah